Hallöchen YouTube und Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Jameis. Ja, wir sind von Randys umgeben. Nein, Spaß. Und rushen jetzt wieder los und hacken natürlich wieder mit dem Flyhack. Den musste ich jetzt erstmal aktivieren, indem ich einmal runterfalle. Alles gewollt, Leute. Ich musste diesen Flyhack einfach aktivieren. Ansonsten kann ich solche Runden einfach nicht gewinnen. Deswegen sorry für diesen Jump-Fail am Anfang. Aber jetzt gilt volle Konstellation und Hacker for the win. Ist auf jeden Fall logisch, oder, Leute? Sounds logic. Sounds auf jeden Fall logic. Und gleich bin ich auch mal durch dieses Wix-Level-Rentier durch. Locker easy ist es die nächste Stelle, oder? Locker easy, oder auch nicht. Ey. Ich kann jetzt mal langsam hier raus, bitte. Danke. Danke. Nein. Locker easy verkackt, Cody. Oh nein. Yeah. Als ob ich jetzt so hässlich verkackt habe. Oh, Gottes Willen, Alter. Okay, come on. Und jetzt. Rush, 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 rush. Rush. Okay. Gestoppt. Und ich bin wieder erster. Nice. Okay. Ich würde mal sagen, mit solchen Labyrinthen kenne ich mich mittlerweile einfach aus. Ich bin halt einfach der Boss in Jump Maze. Nein. Warum öffne ich jetzt den Chat, Alter? Bin ich denn behindert? Ich wollte slash, äh, Hacks activate an, äh, schreiben. Damit auch meine Hacks aktiviert werden. Will ich nur nicht immer so offen zugeben, aber jetzt habe ich es ja nicht mal gemacht und mich getraut. Meine Jump-Fail-Hacks natürlich. Ähm, deswegen. Ich gebe es eigentlich nicht so gerne zu, dass ich hacke. Aber jetzt haben wir es endlich. Ich habe mich geaudelt als Hacker. Und der andere hat mich einfach überholt. Und er failed auch. Finde ich auf jeden Fall very nice von ihm, dass er mir jetzt den Vorsprung wieder gibt. Ach, das kenne ich doch, das kenne ich doch, das kenne ich doch, das kenne ich doch, das kenne ich doch irgendwoher. So, eins habe ich doch schon mal. Nice. Manchmal haben die so einen komplett gleichen Stil, diese Labyrinthe. So. So. Nein! Okay. Trotz vieler Jump-Fails ist der Win, glaube ich, sicher. Ja. GG Anderson. Ja. Und ich habe 40 Infinities bekommen, was auch immer mir das bringt. Keine Ahnung. Aber vielleicht schaffen wir es dann nochmal bis zum... Oh, ich bin wieder im Labyrinth. Das war's mit dieser Runde. Jump me so auf meinem Kanal und ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao!